Heute zeige ich dir fünf Übungen, die du jeden Tag machen kannst. Du wirst dich dadurch besser fühlen, du kannst es leicht in den Alltag integrieren und du hast mehr Beweglichkeit. Und am besten ist natürlich, du startest gleich, der Mitte in der Früh kannst du es aber natürlich irgendwann im Tagesverlauf genauso machen. Wir gehen jetzt gleich von unten bis oben durch die wichtigsten Regionen im Körper. Fünf Übungen und bevor wir losstarten, freue ich mich, wenn du meinen Kanal abonnierst, wenn du keine Videos in Zukunft verpassen möchtest, einfach die Glocke aktivieren und wenn dir das Video gefällt, einen Daumen hoch. Wir starten los. Du setzt dich auf deine Fersen. Wenn das von den Knien her schwer geht, kannst du hier auch ein Kissen zum Beispiel drunter legen, kommst hier möglichst weit nach hinten. Wenn das ganz gut geht und du mit den Händen nach hinten greifen kannst, verlagernst du dein Gewicht nach hinten, bis die Knie hier vom Boden abheben. Und jetzt dehnen wir hier die Vorderseite im Fuß und hier bleibst du. Und du kannst noch so einen leichten Druck mit den Füßen in den Boden geben, um hier vorne im Rist die Dehnung zu verstärken. Ungefähr 30 Sekunden bleiben. Entspannt atmen. Langsam lösen. Intensive Dehnung. Ich weiß, wir legen unseren Rücken ab. Du stellst die Beine auf und streckst ein Bein nach oben, so gut es geht. Wenn es geht, das Bein möglichst strecken, den Fuß flexen, also die Ferse drückt nach oben und die Zehen kommen so ein bisschen heran Richtung Körpers. Bein möglichst strecken, die Beinrückseite dehnen. Dann greifst du zur Rückseite vom Bein und jetzt dehnst du das gestreckte Bein noch ein bisschen heran, hebst den Kopf vom Boden ab. Legst den Kopf wieder ab, kommst in die Ausgangsposition, kannst hier einatmen und mit dem Ausatmen dehnst du das Bein heran, den Kopf heben. Wieder strecken, Ausgangsposition, Kopf ablegen und dann wieder herandehnen. Das wiederholst du ein paar Mal. Und mit jeder Wiederholung siehst du, wie das Ganze ein bisschen beweglicher wird. Die Dehnung auf der Beinrückseite, in den Hamstrings. Noch zweimal. Gut, und noch einmal herandehnen. Und jetzt bleibst du hier, legst nur den Kopf ab, das Bein bleibt in dieser Position. Du drückst die Ferse nach oben, Richtung Decke, Beinrückseite schön. Dehnen, halten, atmen. Gut, und dann kannst du das Ganze auf der anderen Seite natürlich genauso machen. Jetzt beugen wir die Beine in der Luft, sodass Knie und Hüften ungefähr im rechten Winkel sind. Du streckst die Arme zur Seite. Und dann drehst du deine Beine nach rechts zur Seite und drehst den Kopf nach links. Kommst wieder nach oben, atmest ein, drehst deine Beine zur anderen Seite. Wenn es im Nacken gut geht, drehst du den Kopf zur Gegenseite. Kommst wieder nach oben, achtest darauf, dass die Knie nicht zu weit nach vorne kommen, bleiben eher körpernah, sodass der Unterrücken hier am Boden bleibt und wieder die Beine nach rechts drehen, den Kopf nach links. kommst du wieder nach oben, wieder drehen. Ein paar Mal wiederholen. Gut, und so kannst du fünf bis sechs Wiederholungen pro Seite machen. So, jetzt strecken wir das linke Bein aus, beugen das rechte Knie und du greifst mit der rechten Hand zur Innenseite vom Knie und öffnest das rechte Bein nach außen, so eine Hüftöffnung, ohne dass aber das Becken vom Boden hebt. Jetzt wechselst du deine Hände, greifst mit der linken Hand zur Außenseite vom Knie und kommst ein bisschen über das andere Bein drüber. Wieder, Hände wechseln, öffnen, ohne das Becken zu heben, es bleibt stabil. Wieder wechseln, ein bisschen über das andere Bein drüber, ohne dass das Becken hier zu stark vom Boden hebt. Wenn wir das Becken mitheben, dann kommt die Drehung aus dem ganzen Körper, aber das wollen wir nicht, sondern wir wollen vor allem die Hüfte hier mobilisieren. Den Atem nicht vergessen, den Ausatmen ein bisschen über das andere Bein drüber, den Einatmen hier nach außen öffnen, ca. 10 bis 12 Wiederholungen pro Seite. Gut, und dann kannst du das Ganze auf der anderen Seite genauso machen. Und für die letzte Übung kommen wir jetzt zum Sitzen. Kannst im Schneidersitz sitzen, kannst du auch auf einem Sessersitz oder kannst du eine weiche Unterlage nehmen, dass du dann aufrecht sitzt und dann greifst du mit der Hand über den Kopf zur linken Seite. Die linke Hand bildet eine Faust, das ist wie ein Gewicht, dass die linke Schulter hier unten bleibt und dann beugst du den Kopf zur Seite, sodass du hier links die Dehnung im Schulter-Nacken-Bereich spüren kannst. Die Hand hier oben liegt nur auf, kein Druck, kein Zug, ganz locker, die linke Schulter bleibt unten. Entspannt atmen. Und gegen Ende hin, wenn du möchtest, ein bisschen den Zug verstärken, intensivere Dehnung, wenn es noch angenehm ist. Gut, dann zuerst die Hand lösen, dann den Kopf lösen, machen wir die andere Seite gemeinsam, dann greifst du mit der linken Hand über den Kopf, rechte Hand bildet wieder eine Faust, dass die rechte Schulter unten bleibt und die Dehnung im rechten Schulter-Nacken-Bereich hier wahrnehmen. Wenn du gar nichts spürst, vielleicht den Winkel ein bisschen adaptieren, vielleicht ein bisschen mehr nach vorne oder mehr nach hinten. Dort, wo du die meiste Dehnung spürst, ist es gut. Kein Zug, kein Druck mit der Hand, oben ganz locker. Und gegen Ende hin, wenn es angenehm ist, leicht den Zug verstärken. Gut, zuerst die Hand lösen und dann den Kopf. Fünf Übungen für jeden Tag. Kleiner Tipp von mir zum Abschluss. Wenn es dir schwerfällt, das regelmäßig zu machen, trag es doch einfach in einen Kalender ein, wie einen 10-Minuten-Termin, wie eine 10-minütige Verabredung mit dir selbst für fünf Übungen für jeden Tag. 95% aller Menschen haben hier in diesem Bereich im Rücken schon mal Beschwerden gehabt. Fast 90% im Schulter-Nacken-Bereich. Meistens sind es funktionelle Beschwerden, also Verspannungen, muskuläre, fasziale Ursachen. Da helfen uns Übungen sehr gut. Und in diesem neuen Buch stelle ich dir die besten und effektivsten Übungen, inklusive Tests, inklusive Erklärungen, inklusive Programme vor Rücken, Schultern, Nacken.